hallo und herzlich willkommen zu going medieval ich bin dr wolfserz und freue mich dass ihr dabei seid das hier ist die early access version des spiels das heißt nix beta nix open irgendwas test sondern das ist die version die alle ab dem zweiten juni spielen können und ja ich bin froh es euch zeigen zu können es gab bereits ein angespielt auf meinem kanal das ist allerdings schon einige zeit her und hat einen viel 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 früheren entwicklungsstand repräsentiert hier ist jetzt zumindest seitdem also zumindest nach dem was ich gesehen habe einiges passiert hat sich viel geändert und es gibt auch einige neue mechanismen und das muss man immer auch erwähnen early access heißt ja das spiel ist auch noch weiter in entwicklung und das erste was wir uns jetzt mal anschauen ist hier den entwicklungsplan da steht nämlich die road map was noch alles kommen soll man sieht daran halt auch was noch fehlt leider aber gut immerhin das spiel ist schon sehr gut spielbar man kann seinen spaß damit haben und deswegen starte ich auch ganz bewusst ein let's play und kein angespielt zwei weil es schon angespielt gab und zum anderen weil ich denke dass man mit dieser version schon einiges anfangen kann es kommt aber noch einiges hinzu und wer diese liste jetzt liest der wird dort ja ganz zwangsläufig auch ähnlichkeiten zu einem anderen spiel sehen ich habe es im im ich habe es im thumbnail schon gesagt rimworld ganz klar hier sieht man einfach die inspiration und das ist auch völlig in ordnung rimworld hat ein ausgezeichnetes konzept und nicht umsonst habe ich da so viele let's plays zu gemacht über 900 videos das muss man sich mal vorstellen könnt ihr gerne nach gucken falls ihr das noch nicht gesehen habt bei mir ist natürlich jetzt alles schon ein bisschen älter aber naja was soll's also wir steigen jetzt hier mal ein es gibt noch bald zukünftige updates die zum thema haben handel und händler karawanen siedlungsdiplomatie soziale interaktion der siedler religiöse einflüsse feuer und entflammbarkeit ansammeln von schnee pfade aus organischem schmutz berittene belagerungswaffen plünderung anderer siedler wassalen system karten fraktionen gefangenen system wildtiere zähmen tierhaltung wichtige ziele natürliche höhen ruinen regale und waffenständer und all das sind dinge die rimworld auch hat außer vielleicht fader aus organischem schmutz das ist bisher in rimworld nicht enthalten und berittene belagerungswaffen gibt es so ohne mod zumindest auch in rimworld nicht also hier schon auch ein paar features die nicht aus rimworld sind aber wenn man das hier liest dann dann kommt einem das zwangsläufig in den sinn so okay das zum entwicklungsplan jetzt haben wir schon fast drei minuten in der uhr ich würde sagen wir starten mal ein neues spiel und wir wählen ein szenario und ich habe keine lust jetzt hier richtig hardcore mir das leben schwer zu machen deswegen gibt es auf keinen fall überleben und wir werden auch nicht friedlich machen weil ganz so ein kerbier bin ich dann auch nicht wir spielen die standard schwierigkeit oder das standard szenario mit der normalen schwierigkeit irgendwo muss man ja anfangen und ja ihr wisst für mich steht immer der spiel spaß im vordergrund und deswegen kann ich jetzt nicht über mich hinweg springen und sagen wir machen hier jetzt richtig schwer und hart das ist dann auch ein bisschen anstrengend also normal soll es sein so und dann gehen wir jetzt auch weiter und starten wir können noch nicht ganz starten denn es gibt noch startbedingungen genau wie bei rimworld ein neues leben einsamer wolf und man kann eigene szenarien erstellen davon sehe ich jetzt ab und ich werde auch nicht als einsamer wolf starten auch wenn es natürlich prima zu meinem kanal namen passt machen wir jetzt hier das hier unterschied ist halt hier ist man wirklich alleine man startet als einzelner siedler mit wenig ressourcen und ausrüstung naja und wenn man ein neues leben nimmt dann sind wir zu dritt haben ein bisschen start ressourcen und können dann direkt auch beginnen was zu bauen ohne uns gleich sorgen machen zu müssen okay also los geht's kartengenerierung für diejenigen von euch die gerne meine karte nachspielen wollen werde ich jetzt hier den seat gleich eingeben und könnt dann auf der gleichen karte spielen wenn ihr mögt immer wenn man hier auf diesen würfel auf diesen randomisierer drückt wird eine andere karte generiert und ich werde jetzt man kann auch wörter eingeben ich werde jetzt wolfsherz eingeben und wir werden diese karte nehmen und wir spielen hier im tal dieses ist der startpunkt man kann jetzt auch hier zum beispiel sich für berghang entscheiden oder direkt auch berg aber wir nehmen tal fürs erste und ja das ist karten größe standard da kann man noch nichts ändern das soll aber wahrscheinlich auch noch kommen sonst wird es hier keine auswahl geben dass man auch größere karten spielen kann unser siedlungsname anders als bei rimwelt setzen wir den hier schon von anfang an fest und wir können uns auch ein wappen ein banner auswählen da kann man wirklich lange mit basteln ich werde stattdessen jetzt einfach ein bisschen würfeln und dann eins nehmen was mir einigermaßen gefällt das war eigentlich gerade schon nicht schlecht ja wir nehmen das jetzt hier mit der linie und rot schwarz kanalfarben passt doch wunderbar siedlungsname das ist wolfshausen und ich bin bei den namen immer recht unkreativ von daher könnte ich jetzt auch würfeln aber wolfshausen das geht gerade noch finde ich und dann geht's los wir wählen die siedler aus diese haben fertigkeiten und wir sehen hier die gruppen fertigkeiten hier in der deutschen übersetzung sind noch ein zwei formatierungs fehler drin dieses backslash n ist eigentlich ein zeilenumbruch und aus irgendeinem grund wird das hier mit reingeschrieben also solche fehler werden hoffentlich während des early access noch ausgebessert aber im moment muss man damit leben die gruppen fertigkeiten sind der sind die kumulierten werte oder jeweils die höchstwerte in diesen bereichen also bau bergbau botanik und so weiter von oben nach unten die die gesamte gruppe liefert haben wir jetzt gucken hier die 15 wo kommt die her da sehen wir hier aha deor hat hier bei schmieden 15 und da kommt der wert her und denis hat umgang mit tieren auf 18 darum steht ja 18 also jeweils der höchste wert der gruppe ist hier wiedergegeben meine herangehensweise ist es immer dass man versucht einen guten schnitt von allem zu haben und dass man ja möglichst kein talent ganz ganz schlecht hat und wenn sich diese sterne dann auch noch ein bisschen verteilen das heißt die interessen der leute jeweils gut verteilt sind hier zum beispiel bergbau ist ein stern interessanterweise wird er hier nicht angegeben dabei haben sogar zwei leute bei bergbau und stern bei kochkunst wird hier jedoch angegeben wer am besten dafür geeignet ist deor ja okay interessant aber dass bei bergbau ja gut das ist aber auch nur eine fünf aber hier ist es auch nur eine fünf also es ist beides das gleiche warum ist hier ein stern und hier nicht schwierige frage okay jeder siedler hat darüber hinaus neben diesen fertigkeiten und dem aussehen auch noch eine religiöse ausrichtung es gibt einmal ja was gibt es eigentlich das ist eine gute frage es gibt einmal eichenbrüder und restitutionisten so nach links sind die eichenbrüder und nach rechts geht es richtung restitutionisten ganz ehrlich ich habe keine ahnung was das für religiöse richtung oder ausrichtung sind fakt ist auf jeden fall dass das halt ja in der mitte ist es halt neutral nach rechts ausschlag wird es dann halt zum praktizierenden restitutionisten dann wird er fromm und irgendwann ist es ein eiferer und in die andere richtung zum eichenbrüder ganz links ausschlag heißt es ein eiferer hier frömmler und daher praktizierender also so funktioniert das hier das hier ist auf jeden fall ein praktizierender restitutionist und ja ich weiß nicht ob es so religionskriege gibt den ist zum beispiel ist hier ein eichenbrüder eiferer ich hoffe wirklich ah ja der ist sogar dieser siedler benötigt erhebliche religiöse aktivität das heißt er braucht sogar auch ein schrein oder ein tempel für seine religiösen handlungen okay das wird hier wahrscheinlich noch nicht der fall sein braucht nur ein gelegentliches schnelles gebet er braucht einen schrein oder eine kapelle der kirche okay und hier ist gar nichts aber geht richtung restitutionist und da reicht auch ein schrein kapelle oder kirche tja und wie gesagt bei denise muss dann schon ein tempel sein also religiöse ausrichtung dann gibt es das alter gewicht größe und wir haben vorteile wie zum beispiel nachteule denis fühlt sich am lebendigsten wenn er in den stunden der dunkelheit arbeitet er kommt mit sehr wenig schlaf gut über die runden ja das hat dann halt auswirkungen auf schlaferholungstempo und schlafmangeltempo dann haben wir noch muskulös auch hier steht muskulöser nachteule ist so korrekt muskulös da muss das eher hinten weg das ist wahrscheinlich auch eine übersetzungssache und wie das bei mir üblich ist werde ich in meinem let's play hier die namen der siedler für die unterstützung meines kanals hernehmen und fangen dann mal an uns jetzt eine gruppe zusammen zu würfeln mal gucken also ein stern hier heißt immer dass er dort eine leidenschaft hat und sich deswegen schneller entwickelt das heißt er bekommt mehr erfahrungspunkte wenn er diese tätigkeit ausführt als jemand der keinen stern hat und wenn man zwei sterne hat wie hier beim schmieden dann ist sehr leidenschaftlich und dann bekommt er sogar viermal so viel erfahrungspunkte wie jemand der keinen stern hat okay also wir haben hier jemand der gut mit tieren umgehen kann aber wir wissen tierezähm ist eigentlich noch gar nicht so richtig drin deswegen würde ich diesen kollegen hier jetzt erstmal neu rollen und schauen dass wir gute werte bekommen botanik 21 das ist grundsätzlich gut denn wir brauchen definitiv jemanden der oh gott intellekt 1 das ist natürlich weniger gut aber gut das ist halt für forschung wichtig der intellekt botanik ist hier säen wachsen ernten pflanzen sammeln und so weiter also da jemand mit dem hohen wert ist gut ich will für mal ein bisschen durch bis wir was kriegen wo vielleicht die botanik gut ist aber die anderen nicht ganz so schlimm hier botanik gut und kochkunst gut das passt sehr gut zusammen die kann sich also um das aussehen der felder und dann auch um die zubereitung der nahrung kümmern medizin ist schlecht aber leidenschaftlich das heißt wenn wir die ein bisschen trainieren lassen wird die da bestimmt auch schneller besser aber eins ist natürlich echt schon schlechter wäre nahkampf redekunst ist schlecht umgang mit tieren relativ hoch bau bergbau naja kommt wir lassen wir lassen gerbager mal so wie gesagt kommt noch einen anderen namen und dann würfeln wir schmieden finde ich eigentlich schon gut den würde ich fast so lassen weil hier auch die anderen werte alle nicht so super schlecht sind und dann haben wir noch eric da ist auch schmieden hoch den würfeln wir neu so jetzt haben wir jemanden der gut in botanik ist nahkampf wir brauchen natürlich auch welche die gut kämpfen können keine frage nahkampf 18 noch eine frau bergbau 0 oh mein gott nahkampf 12 umgang mit tieren ich lege so gar keinen wert auf umgang von tieren ehrlich gesagt meisterschütze 0 aber sehr leidenschaftlich das heißt die wird da sehr schnell aufsteigen dann müssen wir einfach dann versuchen und nahkampf ist schon grandios gut also das ist hier so ein multitalent was kämpfen angeht und auch bauen wird hier relativ schnell besser werden schmieden haben wir jetzt eigentlich jemand der schmieden kann genau das ist dann dior zimmerhandwerk 6 naja kommt die leute werden alle im laufe der zeit besser das ist also schon okay und wir haben hier auch noch jemand der medizin gut kann der gesamte fähigkeitsschnitt ist denke ich in ordnung so namen männlein weiblein ist mir jetzt ehrlich gesagt wurscht das kann ich leider nicht ich kann hier jetzt nicht hingehen und sagen so ich möchte dich aber bitte mit mann was haben wir denn hier für nachteile oh gebrechlich oh das ist natürlich dummkopf das heißt da ist der erfahrungspunkte zuwachs auch noch reduziert und entstellt nach dem brand hatte gerberger kein wirkliches gesicht mehr aber einen vorsatz nur wenige können gerberger in die augen sehen naja gut okay also wie gesagt männlein weiblein wurscht ich gebe jetzt hier die namen ein und ich fange einfach mal an und wir nehmen als ersten hier ich muss eben kurz auf meine liste schauen klein moment mal so da bin ich wieder und ich habe jetzt nicht auf die ich habe auf die liste geschaut aber ich habe dann auch gleich ausgewürfelt und wir haben drei namen wir fangen mal an mit düna nummer zwei ist doc schneider und nummer drei white fox okay und ja wie gesagt das sind alles unterstützernamen an dieser stelle natürlich auch noch mal vielen dank an meine unterstützer und wenn ihr auch interessiert seid meinen kanal zu unterstützen ich habe eine patreon seite link ist in der video beschreibung könnt ihr euch ja mal anschauen das ist die zusammenfassung wolfshausen drei siedler normal standard ein neues leben tal tutorial tipps lasse ich auf jeden fall mal eingeblendet denn ich bin neu in diesem spiel und ja da kann das sicherlich nicht schaden so während das spiel jetzt lädt vielleicht noch mal kurz zur patreon seite das ist also das ist eine seite auf der ihr mitgliedschaft oder mitglied werden könnt für meinen kanal das ist dann aber keine youtube kanal mitgliedschaft sondern das ist so ich nenne das einfach mitgliedschaft bei patreon ihr seid dann patrons und habt dann gewisse vorteile nicht nur eure namen hier im spiel sondern ihr kriegt auch schneller information wann projekte enden oder neue projekte starten und welche projekte starten immer sobald ich das weiß poste ich das auf meinem discord server außerdem kriegt eine eigene rolle auf dem discord server das heißt euer namen ist da hübsch hervorgehoben und so weiter also alles kleinigkeiten als dankeschön dann dafür dass ihr mich unterstützt und wenn ihr euch das wirklich interessiert schaut euch das einfach mal genau an da ist alles genau beschrieben so ein neues leben die pest hatte auf den britischen inseln gewütet und eine spur der verwüstung hinterlassen unzählige millionen starben vorzeitig und die überlebenden stürzten in die armut brutal gezeichnet von den schrecken die sie miterlebt hatten nichts würde mehr so sein wie zuvor im frühjahr des jahres 1353 machten sich dünner dog schneider und white fox auf den weg in die wildnis um ein stück des landes als ihr eigenes zu beanspruchen wie es ihnen in den augen gottes und laut gesetz zustand hier können sie den grundstein für eine art von zukunft legen vielleicht entsteht daraus hoffnung dog schneider ist zuversichtlich sogar trotzig wir werden das hinbekommen wir werden unseren anteil am land nehmen dort bauen und es verteidigen viele haben es versucht einige sind gefallen von banditen bedrängt von der dürre besiegt doch viele haben sich auch durchgesetzt habt vertrauen der ort den wir gefunden haben wird auch in jahrhunderten noch stehen unsere nachkommen werden noch dort sein nach vielen strapazen kam sie in einem tal mit goldenen ebenen an das von einem sich schlängelnden fluss durchzogen war für white fox beschwor es visionen von reicher ernte gesang und wein herauf ein ort um wurzeln zu schlagen eine heimat sie beschlossen sie wolfshausen zu nennen ja und dann geht's los da sind wir ich pausier das spiel direkt okay willkommen bei going medieval das muss ich mir jetzt noch nicht unbedingt anschauen das weiß ich gerade noch so also das ist unsere spielwelt wir sind hier verzeihung wir haben eine relativ eine relativ große karte zum ausbreiten wir sehen es ist alles recht flach wir sind ja im tal wir haben jetzt ein paar löcher im boden aber keine großen erhebungen hier vielleicht ein bisschen noch aber sonst ist das alles recht flach und das ist so für das erste spiel denke ich auch ganz gut jetzt muss jetzt mal unsere kolonisten wiederfinden da sind sie wir kommen mit einigen materialien in die welt wir haben hier holz was ist das hier verpackte mahlzeiten leinenstoff leinen haufen mechanische komponenten wir haben ein bisschen waffen und rüstung außerdem kohl und heu außerdem ein fass oder 25 bier einfach mit bier für unsere leute und ja wir fangen jetzt an was ist das genau das ist chronik chronik das das ist so ein ja so ein übergeordneter so eine übergeordnete ressourcen die mit der forschung zu tun hat und hier ist auch noch leidenstoff habe ich aber schon gesagt okay also wir legen los indem wir zunächst einmal für unterkunft sorgen und unsere leute ausrüsten jetzt gucken wir noch mal über die fähigkeiten wer jetzt gut kämpfen kann wir haben ja einmal white fox die fertigkeiten sind hier white fox war die gute die extrem gute nahkämpferin aber ich möchte white fox eigentlich zu schützeln machen weil sie hier extrem gut also in der extrem hohe leidenschaft hat und deswegen vierfach so schnell erfahrung bekommt deswegen werden wir white fox die anderen sind echt schlecht im kampf hoffentlich kriegen wir da keine probleme wir haben einen langbogen wir haben einen kurzbogen und wir haben ein kurzschwert white fox wird das wird den langbogen ausrüsten den müssen wir erstmal erlauben die sind nämlich alle verboten diese waren das können wir gleich auch gesammelt machen der nahkämpfer bekommt den gambelson und jetzt können wir white fox sagen hier den bogen bitte wie kann ich den white fox jetzt sagen dass in den bogen ausrüsten soll muss ich vielleicht die pause mal kurz raus nehmen genau pause kurz raus und dann geht das auch also aktion ausrüsten langbogen benötigt die fähigkeit mein fertigkeit stufe nicht erfüllt dann müssen wir erst den kurzbogen nehmen und ein bisschen lernen dann nimmt doc schneider der bei nahkampf fünf fahrt im gegensatz zur zwei bei düna das schwert und das leiden kann besonnen jetzt haben wir so okay und düna nimmt gar nichts moment was ist das hier ist das noch ein ach ein holzspeer ja okay den holzspeer können wir auch nehmen dann ist düna auf jeden fall bewaffnet so und jetzt gibt es natürlich die erste nach da ist noch ein schild ja cool sehe ich jetzt erst standen die leute gerade noch vor dann rüstet düna natürlich auch noch den schild aus doch entschuldigung doc schneider und jetzt machen wir unsere erste behausung und die bau wir direkt hier ein kleines lagerhaus das ist das erste was wir brauchen denn die sachen hier draußen zersetzen sich weil der boden hier nicht gut ist wir könnten jetzt einfach eine holzpalette darunter bauen also holzboden aber dann ist das auch nicht so dann ware ich baue direkt häuser fangen wir also an mit einer holzwand so und die richten wir jetzt hier schön dicht bei den bäumen so und soll nicht allzu groß sein wie gesagt erstes gebäude kann später noch erweitert werden und da gibt es eine holztür und wir werden auch ein fenster bauen so tür fenster und das war's und natürlich ein holzboden den brauchen wir auch sonst ist mit dem boden nichts verbessert im gegensatz zu draußen und das war's ah ja und dach auch so jetzt haben wir es aber gleich da ist das dach ah nee das möchte ich lieber andersrum haben und zwar äh ah nee das war schon richtig rätdach das hätte ich gerne so alles klar und dann können wir anfangen zu bauen jetzt haben die allerdings kein baumaterial das ist hier alles noch gesperrt das werden wir jetzt freigeben wir müssen zunächst mal ein provisorisches lager errichten das machen wir jetzt hier dann sind die sachen schon mal eingelagert und wir erlauben den zugriff hier indem wir einfach so machen und jetzt sind die alle erlaubt und jetzt ist das hier blau geworden weil jetzt haben sie zugriff auf entsprechenden baustoff und können loslegen so da unten der boden der muss jetzt erstmal ja vorbereitet werden hier müssen diese sachen wegge ähm weggemäht werden weggesenst damit platz ist für die konstruktion des bodens und wir werden auch noch weiteres holz brauchen deswegen können wir hier schon mal ein paar bäume fällen und es gibt hier immer verschiedene wachstumsstufen es gibt äh ausgewachsene bäume es gibt junge bäume und es gibt hier tote bäume die sind abgestorben und die bringen zwar ein bisschen weniger holz aber da wird halt auch nichts mehr draus und die werde ich kontinuierlich fällen denn so erhalten wir hier auch die umwelt so ein bisschen soll jetzt kein umweltschonspiel sein hier aber geht schon darum dass wir auch ein bisschen bäume haben soll er hübsch sein da ist noch ein toter baum so die fällen wir so und dann haben wir hier in der umgebung auch schon ein paar sachen hier ist zum beispiel hier sind zweige die erlauben wir mal dann können die reingetragen werden Musik ist vielleicht ein bisschen laut ich lasse es erstmal so laufen hier sind äh erze oder in dem fall ist das lehm die können wir uns später auch noch holen die müssen wir einfach nur einsammeln und diese die erde hier ist generell lehm den kann man dann glaube ich auch abbauen und da sehen wir entsteht schon das erste erste stück vom dach stimmt gar nicht das erste stück ist schon fertig vorne mit c können wir die dächer ein und ausblenden und es gibt auch noch so höhenebenen seht wir hier sind gerade auf der höchsten ebene und wir können mit x können wir weiter runter und wenn ich das jetzt mal mache dann sehen wir wie wir immer mehr von der spielfeld ausblenden das ist quasi die z-achse und so kann man natürlich auch spielen aber ich finde es ehrlich gesagt schöner wenn man das auch alles sieht und dann mit c einfach die dächer ausblendet dieser raum ist schon fast fertig drei dachteile und hier die wände und ihr seht auch immer wenn es erfahrungen gibt jetzt bei white fox drauf achten zack 108 erfahrungen bekommen hier für den bau der wand also das gibt fleißig erfahrungen so jetzt brauchen wir eine zweite lagerzone bis wo geht die tür bis da machen wir die lagerzone hier hin und wir löschen diese lagerzone wieder hier und dann können die nämlich anfangen den ganzen kram da rein zu tragen das an die bäume gefällt auch das bringt natürlich erfahrungen und ein bisschen holz und äste jeweils zack in dem fall 29 holz und 13 zweige so wir haben nicht genug wir müssen uns hier so ein bisschen an die sachen halten wir haben keine betten das heißt wir bauen direkt das zweite haus ja verzeiht bitte auch aus holz natürlich erstmal und die zweite hütte möchte ich hier hin bauen so und das wird ein schlaf saal stopp noch nicht anfangen brauchen natürlich eine tür brauchen einen boden wir brauchen auch ein paar fenster so und ein dach auch so ausgerichtet immer längs finde ich hübscher und dann haben wir schon das zweite gebäude in auftrag gegeben und da kommen dann betten rein damit die leute irgendwo schlafen können grundsätzlich kann man glaube ich auch schlafplätze so ausweisen moment das geht hier beim möbel und da gibt es eine neue schlafstelle aber wir werden die jetzt hier direkt in das in das haus bauen eins zwei drei stück erstmal ja und wenn jetzt holz fehlen sollte dafür haben wir die ganzen die anderen bäume gefällt kriegen die leute also das holz aus der umgebung direkt frisch nach hier ist das ist jetzt kein leben das ist das ist jetzt eisen eisen eisenklumpen wir können hier diese felder ernten das ist in dem fall gras brauchen wir hier für die dächer wäre ganz cool wenn die das jetzt mal tragen könnten transport zum lager transport zum lager wir können nicht priorisieren weil wir keinen haben der speziell für lager eingeteilt ist naja das geht hier bei verwalten genau tutorial gibt es auch wir könnten nein entschuldigung nicht ganz richtig bei bei tätigkeiten so ja tutorial dankeschön also hier gibt es genau wie in der rimwald auch und es tut mir leid dass ich es erwähne aber es wird immer wieder mal natürlich der vergleich da was soll ich sagen es bietet sich an so also tätigkeiten die auf die gleiche prioritätsstufe gesetzt wurden werden von links nach rechts priorisiert das heißt es wird immer wenn hier eine 3 ist oder hier eine 3 dann geht es immer hier zuerst und dann durch und 1 ist mehr oder ist wichtiger und 5 ist das am wenigsten wichtige so wir brauchen jetzt jemanden der transport macht naja und wir haben hier eigentlich eigentlich machen alle alles deswegen verstehe ich jetzt nicht warum ich das nicht priorisieren konnte ach ich muss jemanden auswählen ach dann habe ich das falsch verstanden ich könnte jetzt hier dünner nehmen zack rechtsklick transport und dann rennt dünner auch direkt hin und macht das auch und ja da diese sachen sich zersetzen die haben jetzt alle noch massiv viele trefferpunkte wäre das halt schon nicht schlecht wenn die das dann auch reinbringen aber es eilt nicht wir können das jetzt hier noch liegen lassen bis das haus fertig ist dann werden die weil sie keine anderen aufgaben haben sowieso dazu übergehen dann die sachen zu tragen tragen ist halt eben ganz hinten in der priorisieren in der priorisieren boah das darf doch nicht wahr sein in der priorisierungsliste so was ist denn hier los tutorial befehle haben wir schon gemacht tutorial bau brauchen wir nicht tutorial verbieten erlauben brauchen wir auch nicht das haben wir schon gemacht hier dass wir nicht mit der hand eine ressource sperre oder erlaube ähm hier oben sehen wir auf der rechten seite was wir haben wir haben 35 kohl wir haben 4 pilz 50 heu 7 holz das ist aber nur das was im lager liegt diese sachen werden nicht gezählt ja hier ist zum beispiel das bier und weil das nicht im lager steht zählt das nicht zu unseren ressourcen ja so da sie war das sind die sachen die hier gezählt werden die im lager liegen so apropos wir sollten vielleicht uns um nahrung so ein bisschen kümmern wir können hier äh die pilze ernten ich werde jetzt hier das erntewerkzeug nehmen pflanzen schneiden nein ernten so und dann gehen wir hier so ein bisschen drüber und da werden die pflanzen die entsprechend groß genug sind auch geerntet und die kleinen die noch nichts bringen die werden nicht geerntet wie man jetzt hier zum beispiel an diesen hier sieht die sind eben noch jung maximaler ertrag in 10 stunden das sind ganz schön schnell wachsende pilze okay hier kriegen wir also pilze wir brauchen so sachen wie eine kochstelle und so das richten wir auch direkt ein also ein lagerfeuer das kommt hier draußen hin so und da gibt es hier noch eine schlachtbank und forschungstisch das kommt auch gleich noch zum einsatz beziehungsweise dann eher in der nächsten folge wir bauen jetzt dieses häuschen hier noch zu ende und gucken dass die drei betten da sind so die sind noch nicht da die werden jetzt noch errichtet und da sind auch noch ein bisschen was noch ein bisschen was zu tun im haus jetzt werden die pilze schon geerntet ist okay das ist halt damit wir für den anfang schon mal ein bisschen essen haben tutorialproduktion jetzt habe ich auf das lagerfeuer geklickt kommt direkt das tutorial hoch das ist im grunde auch ganz einfach wir können hier das lagerfeuer auswählen können hier produkte auswählen und im moment gibt es halt nur Mahlzeiten und wir produzieren jetzt halt für immer würde ich sagen das heißt immer wenn wir Ressourcen haben und wir können halt sagen was sind denn überhaupt Ressourcen Menschenfleisch ist glücklicherweise auch direkt schon mal deaktiviert Räucherfleisch ich habe erst Röberfleisch gelesen ja Brennstoff, Zweige, Holz, Kohle da möchte ich nur Zweige und Kohle ich möchte das Holz für den Bau reservieren Zweige kriegen wir auch genug beim Fällen und ja aber sonst alles anlassen so und das wird jetzt halt hergestellt das heißt wenn Nahrung da ist und das sind diese Pilze die müssen aber glaube ich erstmal ins Lager dann werden die auch zubereitet beziehungsweise dieser White Fox legt hier schon Holz auf wie es aussieht zumindest ist hier schon mal so ein bisschen ja ja da werden schon Äste reingelegt damit das gleich in Betrieb genommen werden kann jetzt frage ich mich haben wir hier genug Material für was brauchen wir dafür 15 Heu Heu haben wir haben wir auch genug von wir haben 25 Heu ja und wir könnten wie gesagt weiteres Heu bekommen mal das hier schneiden jetzt wird es schon dunkel und die Leute gehen gleich ins Bett und ich finde es auch ein guter Zeitpunkt um zu sagen die Folge ist fertig wir haben die beiden Häuschen fertig die Schlafstellen kommen dann noch in der nächsten Folge ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierher wir sehen uns in der nächsten Folge wieder wenn ihr mögt bis dahin alles Gute bleibt gesund euer Doktor Wolfserz Ciao